Ein guter Wein muss nicht unbedingt aus Italien, Frankreich oder der Pfalz kommen. Auch die Niederlande haben hier einiges zu bieten. Weinhofe Künnemann ist ein traditionelles Weingut, dessen Erzeugnisse verschiedenster Rebsorten schon mehrfach prämiert wurden. Genießen Sie einen guten Tropfen in angenehmer, entspannter und freundlicher Atmosphäre. Neben dem Verkauf von Wein werden in der Zeit von Mitte Mai bis Anfang Oktober immer freitags zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr auch Weinproben und Führungen angeboten. Nach telefonischer Absprache ist dies auch gern an anderen Tagen möglich. Weinhofe Künnemann, Familie Sievering, Alteners Deik 5 in Rösteren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017